hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video leute heute soll es mal darum gehen warum ich in letzter zeit eigentlich so inaktiv bin und zwar leute ich habe aufgegeben in letzter zeit also ich spiele wirklich kaum noch wenn überhaupt mal eine halbe stunde am tag ich habe in letzter zeit wirklich echt die lust daran verloren ihr wisst ja man kann ja wirklich nur noch eins machen und das ist einfach bauen jetzt möchte ich einfach mal gerne wissen was euch denn noch auf diesem kanal gefallen würde was wollt ihr denn was wollt ihr weiterhin sehen oder was wollt ihr neues sind schreibt mir mal eure ideen rein was sie was man denn machen könnte in minecraft oder ob man irgendein anderes spiel zeigen könnte was ich das plan soll sage ich mal dann schreibt es mir bitte mal unten in die kommentare und dann würde ich sagen ja leute was ist mit diesem kurzen video